Das Thema Verdingkinder wurde zum Politikum. Die Kinder von damals machten ihre Geschichte publik und einige dieser traumatisierten Opfer erzählten auch mir aus ihrer Vergangenheit auf meiner Reportagereise in den Kanton Bern. Mein Name ist Beat Kreienbühl, bin 1952 geboren. Ungefähr mit zwei, drei Monaten wurde ich den Eltern weggenommen, habe einen Vormund bekommen, weil der Staat hat gesagt, die Eltern sind nicht fähig, das Kind zu erziehen. Der Vormund hat mich dann in ein Kinderheim geschickt, von der Gemeinde selber. Und mit 15 Jahren dann, das ist der Übergang von der 5. Klasse in die höhere Schule. Und dann hat man mich, weil ich angeblich ein kriminelles Kind bin, in ein offenes Jugendgefängnis gesteckt. Und die Begründung war, Grund der Versorgung, frech und pflegelhaft. Aber ich habe das Gefühl, frech und pflegelhaft ist jeder in diesem Alter, da muss man zurechtkommen. Und natürlich gab es auch kein Gerichtsurteil. Wo ich dann noch ins Gefängnis gesteckt wurde, ins Jugendgefängnis, dann habe ich gesagt, die wollen aus mir nur einen Kriminellen machen. Und den Gefallen habe ich ihnen dann nicht getan. Beat Kreienbühl sitzt am Tisch seiner gemütlich eingerichteten Parterre-Wohnung in Zollikofen bei Bern. Über den gepflegten Garten geht gerade eine Regenschauer nieder. Die wachen Augen blitzen manchmal vor Ärger, manchmal vor bescheidenem Stolz, als er mir seine Dokumente zeigt. Den Einweisungsbescheid in das Jugendgefängnis. Aber auch etliche Eingaben an staatliche Behörden, in denen er beispielsweise vorrechnet, dass er durch seine Abschiebung in die Jugendhaftanstalt und die Verweigerung einer Berufsausbildung rund eine Million Franken, also über 800.000 Euro, nicht erwirtschaften konnte. Was sich zudem auf seine Arbeitslosenunterstützung, auf Invalidenrente oder Altersrente auswirkt, genauso wie auf sein Selbstbewusstsein. Was habe ich falsch gemacht, fragt Beat Kreienbühl in einem Schreiben an die Schweizer Parlamentarierinnen. Und er erhielt einen Antwortbrief, den er mir ebenfalls zeigt. Bern, 21. Juni 2013 Sehr geehrter Herr Kreienbühl, ich bedanke mich für Ihre Mail vom 13. Juni 2013, in welcher Sie über Ihre schwere Vergangenheit als Verdingkind schreiben. Ihre Schilderungen machen mich tief betroffen. Ich kann Ihren Frust über die verweigerte Bildung und die damit verbundenen schlechteren Berufsaussichten nachvollziehen. Mir ist bewusst, dass meine Entschuldigung nichts ungeschehen machen kann, was geschehen ist. Ich wollte damit aber einen Startpunkt setzen für die Aufarbeitung dieses dunklen Kapitels Schweizer Geschichte, damit wir uns endlich um die Opfer von damals kümmern. Ich wünsche Ihnen von Herzen alles Gute und schicke meine besten Grüße. Simonetta Somaruga, Bundesrätin. Simonetta Somaruga, Bundesrätin. Simonetta Somaruga, Bundesrätin. Untertitelung des ZDF, 2020